Für die Bekämpfung des Klimawandels will Amazon-Boss Jeff Bezos 10 Milliarden Dollar spenden. Der Klimawandel ist die größte Bedrohung für unseren Planeten, schreibt der reichste Mann der Welt auf seiner Instagram-Seite. Mit dem Geld will ja einen Fonds gründen, aus dem Wissenschaftler, Aktivisten und Nichtregierungsorganisationen finanziell unterstützt werden. Doch nicht alle sind von Bezos Großzügigkeit begeistert. Wann wird Amazon aufhören, Öl- und Gasunternehmen bei der Zerstörung der Erde mit noch mehr Öl- und Gasbohrlöchern zu helfen, fragten mehrere hundert Mitarbeiter auf Twitter. Zudem solle ihr Firmenchef aufhören, den Klimawandel leugnende Thinktanks zu finanzieren und Amazon müsse seine LKWs von Diesel auf Elektromotoren umstellen. Zudem solle ihr Firmenchef aufhören.